Gibt es Bandl aus die Halle? Weil was hab' ich denn, was ist von? Was hab' ich denn, was hab' ich denn? Zauh'n, zauh'n, schau'n, komm'n Leg' dich her, dann in mir Ja, bleib' ich's Mond und du, dass du Ich bin nur eine Zeit von dir Der Luchtex-Zeit macht bei mir Richtig, du darfst, was soll's Ich bin nur eine Zeit von dir Der Luchtex-Zeit macht bei mir Richtig, du darfst, was soll's Ich bin nur eine Zeit von dir Gis' ran, die ich's schon wein' Und wir mögen's noch viel's für dich Nur, da sei' ich's nicht gut Der Luchtex-Zeit macht bei mir Der Luchtex-Zeit macht bei mir Und wir mögen's noch viel's für dich Der Luchtex-Zeit macht bei mir Also circa 40 Jahre durch Schreiben auch. Seht's auch besser? Okay. Und in der letzten Zeit hört man dann immer so gewisse Wörter, unter anderem Die Banken, die Banken, die Banken. Und über das habe ich jetzt so eine Kurzgeschichte geschrieben. So eine ganze Kurzform. Wie folgt. Die Banken. Die Banken, die Kranken, die Blanken, die Wanken, Es zanken, so ein Gstanken um die Kranken, Blanken, Banken. So ein Gschrei. Ja, ich freue. Hätte mein Geld doch besser auch gelegt. Für mich allein. Hurra, Hurra. Für den Genuss. Jetzt ist Schluss mit dem Sparen. Ich kauf mir Waren. Leb in Saus und Braus. Haus Geld beim Fenster raus. Pfeif aufs Sparen. Bei den Banken, bei den Kranken, bei den Blanken, Diesen kranken Blankenbanken. Das ist gut, aber ich bin echt. Dankeschön.